Ich genieße es, Zeit mit dir zu verbringen. Ich genieße die Nähe. Ich mag sogar, mich mit dir zu streiten. Bitte komm morgen nicht zur Party und nimm auch keine Geschenke mit. So cute. Ja, das hast du richtig gut gemacht. Das wird sein Lila und Herzchen und Schleif. Yes. Sie wird sich safe freuen. Hey. Ciao. Krista, warte, warte, warte. Eine Sekunde, halt. Ich hab was für Schrien besorgt. Sie hat ja morgen Geburtstag. Und ich dachte, du kannst das von mir geben, wenn du jetzt hier bist. Dann hätte ich das alles gegeben. Bitte? Du, ehrlich gesagt will ich keine Geschenke von dir. Und ich will auch nicht, dass du meiner Tochter einschenkst. Guck mal. Du hast mir deutlich zu verstehen gegeben, dass da zwischen uns nicht mehr ist. Und das ist okay. Ich hab dir deutlich zu verstehen gegeben, dass ich eine rein platonische Freundschaft mit dir nicht kann und diese Nähe dann auch nicht will. Ich nicht nach der Nacht, in der mit dir zusammen hatten. Ich fand's wunderschön und ich hatte das Gefühl, dass du das auszusiehst. Und ich versteh nicht, wie du dich so gegen deine Gefühle wärst. Also, wieso das von dir weg... Aber ich muss dich auch nicht verstehen. Jedenfalls möchte ich, dass du mich bitte in Ruhe lässt, okay? Hi Paco. Hi. Wow. Das glaub ich grad nicht. Hat der einen Rat ab? Hast du's grad mitbekommen, wie der mit mir geredet hat? Sorry, dass ich keine Beziehung mit dir möchte. Wie bescheuert kann man denn sein? Und wer jetzt so zu mir ist, dann bin ich jetzt auch so Paco. Leo, ich sag dir eins. Kaspar macht das wahrscheinlich aus Selbstschutz. Genauso wie du. Einen? Doch. Das war einfach nur ein riesengroßer Fehler, dass ich mit Kaspar geschlafen habe. Damit hab ich unsere Freundschaft kaputt gemacht. Genau so, wie ich es befürchtet habe. Ich mag Kaspar. Sehr. Aber ein Mann mit Kind, das ist mir einfach zu viel Verantwortung. So, ich glaube, ich hab alles schon fertig. Gibt's noch Pakete? Soll ich dir helfen? Nee, das ist das Letzte. Okay. Dann mach ich Mittagspause. Willst du? Also ich hole was zu essen. Willst du auch was? Das, was du nimmst einfach. Perfekt. Aber Leo, ich hoffe, wenn ich wiederkomme, dass deine Laune ein bisschen besser ist. Ah, Paco. Hier kann ich. Guten Tag. Hallo. Frau Ziolko, meine Mitarbeiterin Leonie. Freut mich. Ganz viel Spaß. Danke. Kannst du mir doch was vom Asiaten bringen? Das ist wie immer mit viel Salat. Okay, alles klar. Mach ich's. Scheiße, ey. Maspar? Ey, ja. Was machst du da drin? Nichts. Kannst du vielleicht nicht so rumfluchen? Hier sind Kunden im Laden. Ja, sorry. Okay, brauchst du Hilfe? Nee, sicher nicht. Was ist da drin los? Mann, der Reißverschluss. Komm. Ich mach das. Oh, okay. Okay, ich krieg das hin. Du musst ja deine Hände wegmachen, sonst komm ich dir nicht ran. Eine Sache noch. Was sollte das waren? Warum hast du mich da so dumm stehen gelassen? Das war mega kindisch von dir. Ich wollte dir einfach nur eine klare Ansage machen, dass das mit der Freundschaft nicht für mich geht. Und dann muss ich mich schützen und dann muss ich die Kleine schützen. Die gewinnt sich immer mehr. Und ich finde es besser, wir gehen hier zur Volksschrift. Ja, das hab ich schon verstanden. Aber man hätte es auch ein bisschen netter sagen können. Okay, tut mir leid. Gut, ich versuch das jetzt noch mal, ja? Also, Finger da weg. Vorsichtig, ja? Ich zieh einfach einmal fest, oder? Mhm. Ja. Scheiße. Was? Scheiße. Was? Meine Bluse hat sich in einem Reißverschluss verhakt. Ja, wo ist das Scheißproblem? Dann zieh halt einfach dran. Äh, nein, das geht nicht. Das ist eine Seitenbluse, die war irre teuer. Oh Gott. Das ist das teuerste Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank. Das müssen wir vorsichtig machen. Leonie. Scheiße. Simon, hör auf. Das geht nicht. Ich streng dich mal ein bisschen mehr an. Oh nein, zieh jetzt einfach die Hose aus. Mach vor allem deine Finger da. Auf gar keinen Fall. Warum hast du die ganze Deine Finger da im Schritt? Ich hab meine Gründe. Du hast jetzt nicht ernsthaft ne... Was? Kaspar. Was? Okay. Ey, ähm, hier. Du kannst die Hose doch jetzt einfach runterziehen. Wenn ich die Hose jetzt runterziehe, dann mache ich deine Bluse nur noch mehr kaputt. Verstehst du das nicht? Oh Gott, das ist kompliziert mit dir. Hier, guck mal, ey, 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 ey. Wir haben eine Schere hier. Lass uns doch einfach die Bluse überschneiden. Nein, ganz sicher nicht. Wieso nicht? Du hast gerade noch gesagt, du willst die Bluse nicht kaputt machen. Dann zerschneide sie doch jetzt auch nicht. Okay, du willst jetzt die Hose ausziehen? Du ziehst sie jetzt aus. Okay, Mann. Machst du die jetzt einfach. Geht sie... Es ist nicht so, als hättest du das Ding noch nicht gesehen. Hast du keine Bursa-Shorts an? Ich hatte eine stressige Woche. Ich bin nicht dazu gekommen zu waschen. Das glaube ich jetzt gerade alles nicht. Wirklich, das glaube ich nicht. Okay, vergiss das. Ich hab's ja eh schon gesehen. Oh mein Gott. Mach den Kopf! Mach den Kopf! Das ist doch wohl nicht wahr. Also ganz ehrlich, das hätte wirklich ein schöner Tag für mich werden sollen. Und sogar hier trifft man nur auf Perverse. Ich bin raus. Das ist sicher nicht meine Art. Was immer ihr hier macht, ihr hört sofort damit auf! Sofort damit auf! Sofort! Das ist nicht witzig! Hör jetzt auf! Witzig ist es schon. Siehe jetzt diese Kackhose aus! Aber sofort! Entspann dich mal! Du bist ja jetzt! Ich arbeite hier! Warte mal, ich hab versucht das jetzt hier mal mit meinem Handy machen. Das gibt's nicht, wirklich. Das war ein Einzelstück. Klemmt so fest. Zeig mal Zeichner. Ich weiß nicht. Ich will auch nichts kaputt machen. Das ist komplett verhakt. Wie haben wir das geschafft, frage ich mich. Okay Leute, ich glaube es gibt keine andere Lösung. Was? Wir werden das abschneiden müssen. Nein! Oh Paco! Aber ich will die Verantwortung nicht übernehmen. Aber Alice ist ja eine Fachfrau. Die kriegt das bestimmt hin. Oder Alice? Oh, mit der Schere. Ich weiß nicht. Ich hab nicht so ein... Ich weiß, das ist deine Lieblingsbluse und du würdest wahrscheinlich heulen, wenn wir das kaputt machen. Deswegen kannst du das auch selber machen. Ich will jetzt schon fast. Wie soll ich das mit links machen, bitte? Also wenn hier einer irgendwo einen Schnitt setzt, dann bin ich das Schleswig-Mirchirurg. Ach so, jetzt auf einmal kannst du sowas. In der Oktelle sah das gerade noch ganz anders aus. Da wolltest du das einfach abreißen. Da war ich auch halbnackt. Also... Krassbar. Okay, klemmen wir mal den OP-Tisch. Oh, jetzt nicht gekommen. Das ist ein Einzelstück von einer Designerin. Die krieg ich so nicht nochmal. Das ist Seide. Okay? Du musst wirklich vorsichtig sein. Kasse oder privat? Oh, ich muss gar nicht los. Ich hab echt Angst. Sei vorsichtig, okay? Wenn, dann schneid es so ab, dass man es irgendwie noch nähen kann. Schere. Ja, hier. Kein Doktor. Kinder, ich lebe jetzt im Leben und Tod. Oh Gott, also... Ja? Sind du bereit? Das ist mir jetzt schon weh. Ja. Oh Gott, 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 ja. Das sieht ja nicht gar nicht so schlecht aus. Boah, naja. Na ja. Vielleicht kann ich noch irgendwas retten, wenn ich das hier zusammen... Wenn das da zusammennäht mit der schwarzen drümmten... Und das dann hier... Ach, das ist doch perfekt. Ja, aber auch nur das. Die Operation ist erfolgreich verlaufen, oder? Würde ich auch sagen. Super. Danke. Okay. Okay. Dann... Muss ich mich wohl sogar bei dir bedanken. Sehr gern. Ich würd's mir nicht mit dir verscherzen wollen, also... Ist ja so. Dieses ganze Desaster hatte wohl doch was Gutes. Kaspar ist endlich nicht mehr so abweisend zu mir. Vielleicht können wir ja doch wieder Freunde werden. Damit du deine Hose dann auch wieder kriegst. Like a bitch. Ich hab alles vorbereitet von morgen für die Abendprobe. Steht alles. Perfekt. Ich danke dir. Gerne. Und vergisst du nicht, dass meine kleine Morgengeburtstag hat, ne? Ich schrie den Rest in den Kopf ab, wenn du nicht kommst. Na klar. Wie sollte ich ihr Geburtstag vergessen? Ich mach sogar extra früher Schluss. Paco, du machst hier alles fertig? Mach ich. Ich bin nicht im Büro. Bis gleich. Äh, Kaspar? Vielleicht. Könntest du es bringen jetzt doch das Geschenk für mich morgen geben? Oder, noch viel besser, ich komm morgen einfach selber kurz vorbei und seid ihr persönlich. Ich gratulino, geb ihr das krank und dann bin ich direkt wieder weg. Leonie, ähm... Sorry, aber zwischen uns hat sich nichts geändert. Auch nach dem Tag nicht. Ich genieße es, Zeit mit dir zu verbringen. Ich genieße die Nähe. Ich mag sogar nicht, um mit dir zu streiten. Und ich... Ich merke, dass dieses Freundschaftsding, das funktioniert einfach nicht. Also bitte komm morgen nicht zur Party und nimm auch keine Geschenke mit. Okay? Jupp, ist angekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch recht. Für Scherien wäre das alles total unfair, wenn sie sich noch mehr an mich gewöhnt und wir letztendlich sowieso keinen Kontakt mehr haben werden. Cool. Ja, ich bin froh, dass du das auch so siehst. So, ich hab alles fertig. Ähm... Ja, Feierabend. Warte kurz. Kommst du klar? Muss ich irgendwie, ne? Das hast du ja gerade selber gehört. Kaspar kann keine Freundschaft mit mir haben und... Mann, ich muss diese Entscheidung einfach akzeptieren, auch wenn es mir irgendwie weh tut. Gerade wegen Scherien. Es tut mir leid. Alles gut. Ja, wir schlafen. Ja, ich darf nach Hause gehen. Ich bin dead. Ja, ich darf nach Hause gehen. Ja, ich darf nach Hause gehen. Ja, ich darf nach Hause gehen. Ich bin dead. Ja. Ich weiß, dass Leonie mich auch sehr mag und sich nur sperrt. Aber ich halte sie jetzt mal auf Abstand und dann wird sie schon noch ankommen. Okay. Fertig. Du hast Maike immer im Kopf und sie spielt für dich einfach eine so große Rolle, dass ich für immer die zweite Geige sein werde. Und ich hab die Fresse voll die zweite Geige zu sein. Ist es so oder nicht? George, ist dir noch gar nichts Konisches aufgefallen zwischen Maike und Carlo? Hm? Hast du mal darüber nachgedacht, dass da vielleicht was laufen könnte? Wieso machst du das? Verschwinde aus meinem Leben. Ja. Und wie stellst du das vor? Du wirst schon noch sehen. Ich werde die Bar übernehmen. Chico, ey. Wir hatten das Thema heute schon mal. Lass mich in Ruhe. Wir werden das nicht... Ja, Chico, was lachst du da? Das ist ja kein Spiel. Gib die Kohle her. Mit St. Es ist mein Leben. Ich bin... Ich bin...